Die Jamaika-Parteien haben sich nach Angaben der Grünen keineswegs auf ein Aus für die Rente mit 63 Jahren verständigt. Einen entsprechenden Bericht der Bild-Zeitung dementierte Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter am Mittwoch im Nachrichtensender N24. Die Rente mit 63 wird nicht abgeschafft, sagte er. Wir dementieren das für alle, die damit am Tisch saßen, fügte der Grünen-Politiker mit Blick auf die Sondierungspartner hinzu. Union, FDP und Grüne hatten am Montag im Rahmen ihrer Sondierungen über das Thema Rente beraten. Dabei wurde nach Angaben von Teilnehmern die Rente mit 63 nicht erwähnt. Hofreiter sagte, wenn Sie sich das Papier anschauen, das gemeinsam beschlossen worden ist, dann kommt die Rente mit 63 noch nicht einmal als Frage vor. Er fügte hinzu, ich kann jedem nur raten, bei dem sensiblen Thema der Rente keinen Zick-Zack-Kurs zu verfolgen. Die Bild-Zeitung berichtete dagegen, Union, FDP und Grüne hätten sich darauf verständigt, die erst 2014 von der Großen Koalition eingeführte Rente mit 63 teilweise wieder abzuschaffen. Im Gespräch sei, die abschlagsfreie Verrentung ab 63 Jahren künftig nur noch für Berufe mit harter körperlicher Arbeit zu ermöglichen, berichtete das Blatt am Mittwoch. Mehr Geld solle im Gegenzug teilweise oder ganz berufsunfähig zu Gutekommen. Mehr Geld solle im Gegenzug